Sie nehmen schon tagsüber Drogen und sind danach konzentriert und in der Lage, ihren Job auszuüben. Scheiße, wie soll man das denn anders schaffen? Kokain, mein Freund. Kokain, mein Freund. Kokain, mein Freund. Das ist ganz unglaublich, Sir. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie aufregend das ist. Verstehe ich. Kokain, mein Freund. 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 Es heißt Kokain. Okay. Es hält dich frisch und munter zwischen den Ohren. Und außerdem kannst du dann schneller wehlen. Und weißt du was? Das ist gut für mich. Kokain, mein Gott. Kokain, mein Gott. Das ist gut für mich. Das ist gut für mich. Das ist gut für mich. Vielen Dank.